Was hat die Ärztin gesagt? Sie haben sich ein bisschen zu viel zugemutet. Das lässt sich nicht mehr mit Tabletten beheben. Am besten, Sie machen eine Kur. Ich schicke sie zu einer guten Freundin von mir. Frau Doktor Barbara. Tja, wie gefällt es Ihnen bei uns? Die Gäste sind alle ein bisschen eigenartig. Frauen. Das sind eben Frauen, die alle ihre kleinen Neurosen haben. Genauso wie Sie. Sagen Sie, Dolly, was sollen drei ausgewachsene Männer vier Tage in diesem abgelegenen Kaff machen? Das kommt ganz darauf an. Du, Leo, merkst du was? Lauter Reifes Obst. Herr Kommissar, ich muss Sie sprechen. Es ist ein Mord passiert. Wo? Im Kur im Doktor Barbara. Mann. Heute Nacht. Ich habe den Dolch gesehen. Die Grube haben Sie auch schon ausgehoben. Und ich habe die Schuhe gefunden. Ich bin völlig normal und gesund. Normal und gesund! Normal und gesund! Das werden wir gleich wissen! Sagt bloß, hier ist jemand umgebracht worden. Da darf ich doch nur höflich fragen, wer, wie, wann, wo, warum. Ich bin gespannt wie ein Flitzbogen. Das... Das kommt alles bloß vom Hunger. Man wird Sie umbringen bei der nächsten Gelegenheit. Und ich werde vielleicht dabei sein. Und ich werde lachen. Es ist der Hunger. Es ist der Hunger. Mehr als alles auf der Welt. Der große Hunger. Der große Hunger.